Wenn ich es finde, bis ich das hochgeladen habe, bis ich den Rest geschnitten habe, dann... Hast ja Zeit, wird ja dauern. Ich möchte das ehrlich gesagt schnell oben haben. Und diese ganzen Schnitte machen mir das zunichte. Das wird morgen definitiv noch nicht oben sein. Also es wird morgen schon oben sein, von jetzt aus gesehen. Morgen am 11. August meinst du? 21. Von mir aus auch. Weißt du, was wir mal irgendwann noch machen könnten? Wir könnten irgendwann mal so eine Aufnahme mit Superman 64 machen. Das wäre doch cool. Richtig, richtig. Wir haben ja letztens erst eine mit Hugo gemacht. Eben. Schlitz mit Hugo. Links wird ein bisschen... So leicht, weiter rechts, zu weit, links, weiter links! Scheiße! Das geht so nicht. Die Aufnahme gar nicht! Scheiße! Ich weiß nicht, ob ich die noch habe. Die ist mir verloren gegangen, glaube ich. Das müssen wir eine neue machen. Dann warte mit dem hochladen, bis wir Superman 64 haben und dann schneide das rein. Gute Idee. Oder ist es einer, der hierher gehört? Pass bitte auf, dass du nicht durch irgendwelche Bögen oder Winde fließt. Schauen. Nein! Ich bin auf, dass du nicht auf. Ei! Toff- um die Leute vollends zu verrühren und mich gleich mit okay, so, weiter wenn die Leute wissen, dass wir das alle schon 2020 aufnehmen, ey, krass hast du den eigentlich schon gesprochen? ja, hab ich ich glaube schon sie wurde vor dem Bahnhof von einem Griffel gestohlen wer? die Halskette wir versuchen sie wiederzufinden ein Griffel, mitten in der Stadt das ist selten sie trauern sich fast nie aus dem Park eins von ihnen tollt immer in einem Baum in der Nähe des Sees herum wir sollten die mal alle so sprengen aber mit ihren jeweiligen Stimmen ja klingt fast, als wären die Griffel aus einem bestimmten Grund in der Stadt gewesen krass du kannst das viel besser als ich wissen sie, wie wir die Dusselgur wieder herlocken können? nun, die Dusselgur haben sich mittlerweile an mich gewöhnt wenn ich ihnen Futter hinwerfe, kommen sie bestimmt wieder ah ok, wissen sie vielleicht auch, wo ich ihr Futter herbekommen kann? sicher doch, im Café des Parks solltest du fündig werden im Café also, vielen Dank ich schlage vor, wir holen uns gleich mal eine Portion Futter wie man, äh, wie man Dusselgur anlockt jetzt hab ich mich so bescheuert auf die Stimme konzentriert, dass ich sie überhaupt nicht gelesen hab oder verarbeitet hab, was sie gesagt hat ja, irgendwas mit Futter oh, ein, 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 äh genau das zurokeks zuro wir suchen eine Halskette mit einem blauen Anhänger hast du so eine zufällig gesehen? nein du hast so eine Halskette, also weder gesehen, noch durch die Gegend gekickt aha was hältst du von den Griffel? Kicks die Häufigkeit ihrer Streiche geht zwar zurück aber dafür werden sie immer unverschämt, Herr zuro verstehe du vermutest, dass jemand es deswegen auf sie abgesehen hatte und ihnen die Halskette abnahm hm, interessant ich lass mir das mal durch den Kopf gehen hey Junge ist dieser Jungspund da dein Trainer? Kicks du hast ihm mal seinen Ball zurückgepasst und seitdem seid ihr Freunde? offenbar hält sich zurokeks jetzt für den Fußballtrainer des Jungen was hältst du von den Dusselgurl? zuro du bist ihnen schon öfters begegnet, aber sie sind immer noch sehr distanziert hm ok, hat uns das irgendetwas gebracht? nö gut hallo du da hey, was gibt's? Griffel gibt's vorhin gab es an dem Baum dort drüben eine Rauferei, die in ein Griffel in die ein Griffel in die ein Griffel verwickelt war weißt du irgendwas darüber? eine Rauferei echt das hab ich gar nicht mitbekommen ich war die ganze Zeit damit beschäftigt mit zurokeks Pässe zu üben verstehe trotzdem danke ok kommt dir diese schwarze Feder bekannt vor? die ist wirklich ziemlich schwarz ich könnte schwören schon mal so eine gesehen zu haben, aber keine Ahnung wo das finde ich schön, dass du diese schwarze Feder bekannt vorgesehen die ist wirklich schwarz also so wie du das gesagt hast, könnte das auch von einem Roboter geschrieben worden sein hast du zufällig eine Halskette mit blauem Anhänger gesehen? der ist ja wirklich blau nie tut mir leid ok auch nicht sehr ergiebig ja Ort wechseln geht also ja ich würd sagen ab hier können wir auch wieder normal erstmal weitersprechen in Ordnung Speichervorgang ohho, wer bist du denn? ein Fleunk zerquietschfideela, Quieker Quikatu ein Fleunk Hättest du kurz Zeit uns ein paar Fragen zu beantworten? solltest du das nicht lieber das Fleunk fragen? Fleunk oh Gott das ist echt schwer zu machen wir suchen eine Kette mit einem blauen Anhänger ähm hast du sie gesehen? ich glaube das Fleunk hat sie eingeatmet nein das ist nicht zu f... nein das ist nichts zu essen nun gut du hast sie also nicht gesehen die schwarze Feder ist auch nichts zu essen ooooh tschuui hast du so eine schwarze Feder schon mal gesehen? hey lass das die kannst du nicht essen nein nicht mal einen kleinen Bissen puh Fleunk hat ganz schön Kraft aber ich konnte das Beweisstück retten die Feder kommt ihm zwar bekannt vor aber es ist sich nicht sicher woher warum hast du eigentlich... äh warum warst du eigentlich im Gebüsch? ah du hast also nach Bären gesucht und hast du welche gefunden? hm FUUUAK hm du hast etwas Glänzendes gefunden? und möchtest es uns schenken? oh eine Münze vielen Dank nein was ist das so? schade ich würde das Flunk gerne mehr fragen FUUAK also ich glaube so Flambyrex und Verkugel kriege ich so nicht hin FUUAK oh Gott ne aber Flambyrex hm was war denn das für ein Pokémon äh Ruf der da gerade kam ja bitte vorhin wurde in der Nähe des Springbrunnens ein Griffel angegriffelt sie wissen nicht zufällig etwas darüber? hm oh es gab schon wieder eine Rauferei über den Vorfall von heute weiß ich nichts aber seit Magnaien sich mit seinen Jungen in diesem Park niedergelassen hat scheinen sich die Griffel ziemlich bedrängt zu fühlen da hat sich wohl einiges an Frust angestaut deshalb geraten sie völlig außer Rand und Band wenn Magnaien nicht in der Nähe ist ihre Streiche arten immer häufiger in Raufereien aus aha haben sie so eine schwarze Feder schon mal gesehen? doch von Schwalbini stammt sie schon mal nicht hm lass mich mal nachdenken ich bin mir nicht sicher aber ich glaube ich habe so eine Feder schon mal beim See am anderen Ende des Parks gesehen ja das klingt ja schon mal gut so also eigentlich ans andere Ende des Parks oder sollen wir hier wirklich jeden mal befragen? hier gehts doch gar nicht weiter auf dem Dach ähm herzlich willkommen möchtest du etwas bestellen? Futter für die Dusselgo ja das stimmt oh legst du eine kleine Pause ein? dann bestell bitte einen Kaffee für mich mit was? du trinkst Kaffee? na klar gibt es was schöneres auf der Welt als eine ordentliche Tasse Kaffee was denkst du warum ich so klinge? na los bestell schon in Ordnung äh zwei Kaffee bitte und einen für mich auch noch kommt sofort Sabaione zwei Tassen Kaffee bitte Saba ach 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 gar nicht mal so übel dieses Gebräu ich habe noch nie einen Kaffee getrun- äh einen Pokémon gesehen das Kaffee trinkt wenn du glaubst Pokémon hätten keinen Geschmack Sinn hast du dich geschnitten Ah, so ein Käffchen unter blauem Himmel ist schon was Feines. Aber mal unter uns. Ich kenne jede Menge Leben, die noch besseren Kaffee verkaufen. Wieso wird Gampfu eigentlich immer mehr zum Berliner? Sag mal. Wiss ich auch nicht. So, das aber Jone können wir jetzt ansprechen. Sarah! Wir suchen eine Halskette mit einem blauen Anhänger. Hast du vielleicht eine gesehen? Sarah? Ob sie einen besonderen Geruch hat? Nein, nicht wirklich. Der fängt nur so an zu berlinern, wenn er Alkohol oder Kaffee getrunken hat. Oder nur, wenn er Alkohol getrunken hat und dem Kaffee war welcher. Sieht so aus, als könntest du uns auch nicht weiterhelfen. Trotzdem danke. Weißt du, wem diese Feder gehört? Sarah! Die Feder hat meinen Geruch angenommen, deswegen kannst du es nicht sagen. Schade. Der Kaffee. Der Kaffee war echt lecker. Weiter so, Kumpel. Sag mal, Jode. Was macht die Kundschaft? Ist heute viel los? Sarah! Ach, es kommen also immer nur Menschen? Naja, immerhin ist es ein Kaffee für Menschen. Oh. Gut. Aber wir konnten bei der Frau noch mehr bestellen. Wir konnten noch was... Ja, stimmt. Futter für die Dusselgur. Futter für die Dusselgur. Stimmt es, dass man hier Futter für die Dusselgur bekommen kann? Ja, wir verschenken die von den Gerichten übrig gebliebenen Brotkrumm. Hier bediene ich. Vielen Dank. Futter für die Dusselgur. Okay, und jetzt noch die schwarze Feder. Gibt es in diesem Park ein Pokémon, das ein schwarzes Gefieder hat? Hm, lass mich mal überlegen. Hm, das Gefieder von Karmux ist komplett schwarz. Die beißen, Joey. Oh, schon okay. Okay, aber die Schwanzfedern der Dusselgur sind auch schwarz. Vielleicht ist das ja jetzt so gerade so was wie Racial Profiling, was wir betreiben. Und in Wirklichkeit war es wirklich die Schwanzfeder eines Dusselgur. Und das Gefieder von Schwalbini sieht auch irgendwie ebenfalls ziemlich schmerzlich aus. Ich habe da ein paar Worte eingefügt, die da nicht standen, glaube ich. Was ist denn jetzt noch mit dem Kaffee? Der Kaffee war sehr gut. Pikachu scheint ja auch geschmeckt zu haben. Nicht den Kuchen essen. Vielleicht sollte ich mich um den mal kümmern. Den Pikachu? Nicht die Kerze essen. Na gut. Schon gut, nicht so richtig. Hatte ich eigentlich schon erwähnt, wie sehr mir Ihr Laden gefällt? Das kannst du ans Ende schneiden dann. Nochmal so zum Ausklacken. Das Sägen ist auch noch immer Desusglad хотя bei mir. Und da waren wir bei der Anhefes und Ouwerf. Das ist eine kleine kleine Variante für Kaffee. Bis zum Ausklacken! Bis zum Ausklacken! Vielen Dank.